Der Goni Smile, das ist immer ein richtiges Smileite mit der Goni Dekor Farbaktion. Entweder Einzelfarbe mit 20% Rabatt, Farbsets mit zwischen 3 bis 6 Farben, auch mit 20% Rabatt oder, was ich euch empfehle, das Profi Set mit allen Farben aus dem Hauptkatalog, inklusive der Perlfarbe mit nochmal zusätzlich 30% für nur 275 Franken, das gibt nicht einmal 10 Franken pro Flasche. Und was ich euch sagen kann, viele von meinen Kundeninnen auf der Party, sie kaufen mal so 2-3 Farben und auf der nächsten Party wieder 2-3 Farben und irgendwann sagen sie, Sabrina, hätte ich doch von Anfang an weg das Profi Set genommen. Ja genau, weil gegenüber dem Einzelkauf kommt ihr mit dieser Aktion vom Profi Set im Mai sogar fast 12 normale Farben geschenkt über. Also wenn wir hier zählen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, all das wäre geschenkt und den Rest müsst ihr zahlen. Wo gibt es denn so etwas? So günstig kommt ihr nicht einmal im Baummarkt oder Bastelmarkt an Farben hin und diese Farben hier können nämlich noch viel mehr. Diese können gleichzeitig Window-Color-Farben sein, Stofffarben, Akrylfarben sein, zum Malen, zum Bildermachen, aber eben auch zum ganz schnell und einfach Geschenke basteln, das mache ich sehr gerne mit meinen Kindern, sei es mit der Klatschtechnik, Rassierschaumtechnik oder was es auch alles noch so gibt. Und darum kann ich euch nur sagen, diese Farben sind der Wahnsinn, schlägt jetzt dazu, so günstig wie im Mai kommt ihr nicht mehr dazu. Bei Fragen einfach melden, ich berate euch gerne. Okay. Okay. Okay.